So, wie versprochen, nach dem Ende von Risen 2, ähm, ist es noch lange nicht das Ende, äh, was Videos hochladen angeht zu Risen 2, ähm, ich hab gesagt, ich werde noch ein bisschen was nachreichen, was die DLCs angeht, äh, ich hab eben gesehen, ähm, dass ich die scheinbar doch nicht Free-to-Play habe.